Das ist Schulzens neuer Ascona. Schätzchen, ich muss noch was besorgen. Na, was ist denn? Darf ich... Den Schlüssel? Ja, den Schlüssel, na gut. Und vergiss nicht, um 7 Uhr wird gegessen, hörst du? Ja. Vergiss nicht, Punkt 7 Uhr. Tschüss. Übrigens, der Ascona ist nicht nur ein Familienauto, er hat sich auch auf harten, internationalen Rallys bewährt. Er liegt satt auf der Straße. Die Straße ist spielend leicht zu beherrschen. Robust, sportstark und wirtschaftlich. Opel Ascona. Die Freundschaft wächst mit jedem Kilometer.